Die Rhythmusschlange Hallo, ich bin Minnie, die Blockflittenmaus. Schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich dir ein Spiel zeigen. Die Rhythmusschlange Das Spielfeld sieht aus wie eine zusammengerollte Schlange. Wer bewegt sich am schnellsten über die Rhythmusfelder und ist als erster beim Ziel am Kopf der Schlange angelangt? Was brauchen wir dafür? Zunächst einmal brauchen wir einen Würfel und für jeden Spieler eine Spielfigur und eine Blockflöte. Außerdem gibt es noch Spielkarten, die du dir auf möglichst festes Papier ausdrucken lässt und dann entlang der Linien ausschneidest. Die Vorlage zum Ausdrucken findest du auf meiner Internetseite. Während des Spiels bewegen sich die Spieler auf Spielfeldern, die zwei verschiedene Farben haben. Jede Farbe steht für einen Rhythmus. Die grünen Felder haben den Rhythmus lang, lang. Und die blauen Felder den Rhythmus kurz, kurz, lang. Wie der Rhythmus zum Klingen gebracht wird, also ob er geklatscht, gestampft, gepatscht oder auf der Blockflöte gespielt wird, bestimmen die Spielkarten. Die Spielkarten werden gemischt und mit der bedruckten Seite nach unten auf einen Stapel neben das Spielfeld gelegt. Die Spielfiguren kommen auf das Startfeld. Du beginnst und würfelst. Dann ziehst du die Spielfigur so viele Felder weiter, wie du Augen auf dem Würfel hast. Jetzt guckst du als erstes, welcher Rhythmus dran ist. Also lang, lang oder kurz, kurz, lang. Dann ziehst du die oberste Spielkarte vom Stapel, um zu erfahren, was du mit dem Rhythmus machen sollst. Es gibt diese Möglichkeiten. Mit dem Ton H auf der Blockflöte spielen. Mit dem Ton A auf der Blockflöte spielen. Stampfen. Patschen. Oder klatschen. Oder nach freier Wahl. Du darfst dir also aussuchen, was du von den vorher genannten Sachen am liebsten machen möchtest. Wenn du die Aufgabe erledigt hast, legst du die Spielkarte wieder umgedreht unter den Stapel zurück. Und der nächste Spieler ist an der Reihe. Gewonnen hat derjenige Spieler, der als erster das Ziel am Kopf der Schlange erreicht. Alle Mitspieler, die in der gleichen Runde noch nicht gewürfelt haben, dürfen natürlich noch einmal würfeln. Wenn du die Rhythmusschlange schon ein paar Mal gespielt hast, kannst du sie auch noch verändern. Du darfst das Ziel nur noch mit der genauen Würfelzahl erreichen. Ist die Augenzahl, die du würfelst, höher als die Anzahl der Felder bis zum Ziel? Du musst du stehen bleiben und darfst erst in der nächsten Runde erneut dein Glück versuchen. Für jeden Rhythmus, den du ohne Hilfe richtig gemacht hast, erhältst du einen Maustaler. Erreichen dann zwei Spieler in der gleichen Runde das Ziel, gewinnt der Spieler, der die meisten Maustaler gesammelt hat. Die Maustaler findest du übrigens auch zum Ausdrucken auf meiner Internetseite. Du kannst die Rhythmusschlange auch allein spielen und immer nach dem Würfeln die Aufgabe erledigen, die auf der Rhythmusschlange auf dich wartet. Wie auch immer du die Rhythmusschlange spielst, ich wünsche dir viel Spaß dabei! Wie auch immer du die Rhythmusschlange spielst, ich wünsche dir viel Spaß dabei!